Warum klettere ich hoch, wenn ich wieder jetzt runter gehen soll? Das ist doch Schwachsinn. Das ist ja irgendwo eine Felsspalte. Die Tür geht nicht auf, ne? Als ich hier runterspringen bin ich tot. Hä? Vielleicht muss ich auf der anderen Seite noch entlang. Das kann nicht sein. Ist da rüber irgendwie? Geh nochmal kurz hoch und schau auf die Karte. Ah, auf der Seite. Okay. 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 Genau. Hier ist die Höhle. Na ja, klar, dass du wieder so neugierig bist. Versammlungsraum. Das war der Versammlungsraum? Das war hier wieder einstecken. Die Frage ist jetzt... Ah. Er war früher wunderschön. Die Wärme ist angenehm. Was ist das? Ja? Zeig mal. Verstärkungsfenster. Okay. Entweder haben sich die Wetterverhältnisse auf diesem Planeten komplett geändert. Oder? Den Raum kenne ich. Meister Yoda schmolz die Tür und ließ uns in die Höhle. Nö. Nicht mit der Macht. Mit dem Kristall. Das Licht ging hindurch und trug die Wärme. Ich wette, das können wir auch. Ah. Scheiße. Wo stecke ich denn ein? Gar nicht. Hier ist auch... Das Rätsel, ja. 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 Juhu. Bewegt sich kein Stück, hä? Nicht wirklich. Der pendelt überhaupt nicht. Was ist das? Okay. Ich kapier noch nicht so ganz, was das jetzt gebracht hat. Zahnräder. Zahnräder. Eine Jedi-Statue. Ja. Kann ich das jetzt vielleicht hier einstecken? Das kann natürlich sein. Äh. Ja. Zack. Sehr schön. Und jetzt? Haha. Nice. Okay. Die Höhle ist frei. Aber... Der große Eingang ist noch nicht offen. Also muss ich noch was tun. Was ist das? Lichtschwert-Verstärker-Kristall. Eins. Zwei. Okay. Ach, jetzt bin ich hier oben. Die Frage ist jetzt... Pfff. Naja. Wo stecke ich das Ding jetzt ein? Das ist jetzt die Frage. Das war nicht sonderlich klug. Moment mal. Warten. Jetzt hängt der Meer in der Mitte. Jetzt. Ich brauche eigentlich keinen Hinweis, aber egal. Wo kann ich das Seil vom Fenster festmachen? Dann muss zuerst der Kristall an seinem Platz sein. Ja, der Kristall ist schon an seinem Platz. Ich bin dir weit voraus, Kerl. Okay, da bin ich hergekommen. So. Und los geht's. Nee, der Kristall ist noch nicht an seinem Platz. Der Kristall ist jetzt an seinem Platz. Oder? Jawoll. Off. Okay. Oh nein. Oh, das hat nichts Gutes zu heißen. Wenn der Meditierkreis in der Nähe ist, wo keine Gegner waren, das hat nichts Gutes zu verheißen. Jetzt kommt ein Boss. Halt. Hast du irgendwas gefunden? Nee. Nee, oder? Nein. Aber ich habe kein Schwert. Okay. 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 Schon eiskaltes Wasser. Oh, der springt einfach rein. Holt sich halt eine Erkältung. Oh. Okay. So Geysire oder was? Unterwasser Geysire. Hm. Scan mal. Ja. Ich bin gut. Ich habe es gewusst vor dir, Biddy. Was ist das Biddy? Oh. Ein Skin für Biddy. Schön im Schneestyle. Alles klar. Okay. Na, warte mal. Ich bin in die andere Seite noch nicht getaucht. Nur mal kurz... ...zugucken. Es gibt zwei Seiten. Na ja, super. Welche Seite soll ich denn jetzt gehen? Na gut. Ich gehe mal die. Okay. Okay. Ah, hier geht's nicht weiter. Okay. Es sind wieder so... ...Jedi-Statuen. Jeder Pfad ist anders, Jüngling. Hüte dich vor deiner Wut. Ah. Ja. Okay. Ab nach oben. Aus den Rissen unter Wasser dringt Hitze. Aber hier oben ist es eiskalt. Ich spüre ihn. Er ruft mich. Es ist nicht weit. Die können ihren Kalberkristall nicht wählen. Er wählt dich. Ja, so ähnlich wie du. Oh oh. Ah, du hast was gewonnen. Gehoden. Ah. Oh oh. Haha. Wie lange? Hoffentlich hält das. Ah, okay. Er ist nur der Weg zurück. Hier gibt es keine Kisten. Jetzt können wir wieder Schlittschuh fahren. Schlittschuh fahren. Ah. 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 Oh, 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 oh. Ah. Ich beeile mich ja schon. Kurz speichern. Den ganzen Abschnitt nicht nochmal machen muss. Also entweder hier hoch oder da hoch. Fühlt sich an, als wären überall Geister. Nein. Geht das nicht. Okay, die Frage. Bis jetzt. Danke dir. Nein. Nein. Ja, da komm ich sowieso nicht hoch, ne? Das geht nicht. Okay. Geht's da runter? Oh. 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 Toll. Hier ist nicht. Hä? Also wenn man da hochklettern kann, dann muss man auch da runter irgendwie kommen. Aber irgendwie... War ja klar. Warte. Noch einmal. Ah, beinahe. Ich glaube das geht. Es war zu früh. Es war wieder zu früh. Warte mal. Warte mal. Scheiße. Okay. Halt, nein! Bin dumm. Ich muss mich nochmal heilen. Okay, jetzt nochmal. Komm schon. Okay, ich glaube ich komm da nicht hin. Ich versuch's mal. Geht's auch nicht weiter, ne? Okay. Okay. Vielleicht... Vielleicht eine Möglichkeit. Irgendwie eine Höhle oder sowas. Was? Oh! Ich kann ja gar nicht abwehren. Ich hab gar kein Lichtschwert. Oh! Verdammt! Lass die Peilung los! Ja! Oh! Spür Drohne! Okay, ich... Komm ich denn da hoch? Ah! Mich jagt! Ah! Ah! Oh Gott, das sind ja noch mehr. Ich lauf mal. Ah! Sehr schön. Und hopp! Und hopp! Hoch. Und ich komm ran. Ich wusste es. Sehr schön. Wo saßt du ihn zuletzt? Er wollte in die Höhen. Ich hab ihn gehört, aber nicht gefunden. Geheimnis entdeckt. Ah. Zack. Weiß nicht, wie ich da runter... Okay, der schießt wenigstens nicht mehr auf mich.